Guten Tag, ich bin eine Prinzenrolle, die 400-Gramm-Packung groß und golden. Und jetzt das. Bei den Familientagen beim Müller Drogeriemarkt gibt es mich für 89 Cent. 89 Cent! Skandal! Prinzenrolle nur 89 Cent und über 1000 weitere Artikel mit tollen Rabatten. Bei den Familientagen in Ihrem Müller Drogeriemarkt. Unsere Preise sollten Sie vergleichen.